Musik Jo Leute, was geht? Wir sind Bosniener und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es echt schlimm, was wir machen. Wir sind heute am Sockergolfplatz in Stockerau und wir werden Sockergolf spielen gegen den österreichischen Meister, Marcel. Servus, grüß euch. Ich bin der Marcel, ich bin 21 Jahre alt, spiele Footgolf seit drei Jahren und wir sind hier heute im Sockergolf Stockerau und spielen heute mit Bosniener. Wir machen eine Challenge, wir spielen heute wahrscheinlich vier Löcher und machen dann eine Karte nach und schauen, wer von uns vieren heute der Beste ist. Loch ist Loch, ne? Der Verlierer muss sich gespreizte Beine hinsetzen und die anderen müssen einlochen. Ich demonstriere das mal. Eins, zwei. Boah. Was soll ich? Aber halt fest. Nein, bist du wahnsinnig. Reden wir nicht lange rum und beginnen jetzt mit dem Spiel. Also Loch eins. Durch den Reifen durch. Wenn du einen Reifen auf der Seite vorbei spielst, müsstest du wieder zurück spielen und dann halt wieder durch den Reifen durch. Ganz zurück spielen? Nein, vor den Reifen und dann durch den Reifen durch. Achso, erzähl einmal, bist du der Erste in ganz Österreich? Ich bin Footgolf Spieler. Ich spiele seit drei Jahren mehr oder weniger professionell für Footgolf Viena. Bin bester österreichischer Spieler. Nummer 96 der Veteranliste derzeit. Und ja, der österreichische möchte gern Messi im Footgolf. Jeder schießt einmal. Jeder nacheinander. Und wenn du jetzt deinen Ball zum Beispiel mitten im Reifen drin hast, kann dann ja kein anderer durch. Deswegen legst du den Ball weg, legst den statt hin, damit du weißt, wo dein Ball lag. Ah, okay, okay. Und dann schießt du von dort weiter. Wie beim Boca. Genau, Boca wie im Weltmeisterschaft. Bei der nächsten macht jetzt er. Er liegt am weitesten vom Loch weg. Das heißt, du musst passieren. Okay, also der, was am weitesten vom Loch weg ist, macht er zum zweiten. Was muss Wind berechnen? Warte! Bravo, Fitcho! Ei! Also, Punkte starten. Dilba, drei. Philipp, vier. Dennis, fünf. Marcel, vier. So, ihr habt gesehen, das werden die Punkte, die wir gerade vergeben haben. Jetzt gehen wir zum nächsten Loch. Und das soll jetzt eigentlich schwieriger werden. Also, das zweite Loch, was wir jetzt spielen, ist ein paar Sechs. Das heißt, Sechs sind Vorgabe. Problem ist das, ihr habt ja die Hindernisse und ihr müsst wirklich da vorbeispielen. Wenn der Ball jetzt hinter dem Hindernis runterläuft auf einen anderen Platz und am anderen Platz liegen bleibt, ist es out. Geht ihr oben zurück und habt seine Penalty und spielt dort weiter. Musik Musik Jesus... Mit Grupp... Du bist nicht ein F von uns guter da! Auer! Ja 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 ja. Lass mich! Ja ja ja! Das war dreimal Wortsch. Oh Scheiße! Was ist jetzt? Warum hast du nichts hier vorbei? Weil man nicht darf. Darfst du hier nicht hinten? Nein, darf man nicht. Das ist hier neben der Bahn. Erklärst du mal bitte, warum du wieder zurück gespielt hast? Ich habe mit dem dritten das Hindernis auf der Seite vorbei gespielt. Jetzt musst du halt mindestens wieder auf die Höhe vom Hindernis spielen. Das ist das Hindernis. Der war gut. Das war Spaß. Oh mein Gott, Alter. Ich habe sechs Punkte. Tennis sechs. Marcel sechs. Tilba vier. Aber wir haben gesagt, der Gewinner kriegt einen Currypack. Und deswegen gibt er halt ordentlich Gas. Die beste Variante wäre wirklich probieren mit einem über die Pflöcke drüber. Du darfst hoch. Und dann am besten probier nicht auf dem Grün zu bleiben. Das Problem ist, wenn der Ball auf der anderen Bahn liegen bleibt, hast du automatisch einen Penalty und fängst mit dem dritten wieder vom Start an. Das ist der nicht drin? Nein, das ist der nicht drin. Oh Mann. Das ist der nicht so gut. Das ist der nicht so gut. Das ist der nicht so gut. Ich habe drei. Tennis hat vier. Tilba hat drei. Marcel hat drei. Durch die Reifen durchschießen. Wenn man am Reifen vorbeischießt, muss man den Ball wieder zurückschießen und dann wieder versuchen ihn durchzuschießen. Das ist der nicht so gut. Das ist der nicht so gut. Abstudieren. Boah. Komm auf mich. Komm auf mich. Dat ist der nicht so gut jetzt. Ich walte mal. Ich mach jetzt erstmal WDR. How the line is? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Instagram-Channel, falls ihr vorbeischauen wollt. Checkt unbedingt ab und ja, wir sehen uns jetzt ins Auto.